Okay, das ist der Mario, alle zusammen von Masos. Sie fangen jetzt an zu schießen, diese Flasche hier oben. Sie sehen uns, er schießt jetzt alle aufhören. Der David, Ball in der Hand, schießt rüber zu mir, das gibt's doch gar nicht. Was ist denn los da? Sind alle verrückt. Und jetzt fangen sie an zu schießen. 1, 2, 3, los geht's! Das ist eine Schlacht, da fliegen alle Flaschen. Das ist eine Schlacht, da fliegen alle Flaschen.